Der Floh da jetzt mit Sicherheit ausspielen, oder? Hm, was wolltest du gerade, wenn ich jetzt so nebenaus... Äh, bloß kein Trockendock. Nee, aber guckst kein Anflug, ja. Da sind wir, glaube ich, nicht genug Leute, oder? Trockendocken ist scheiße, ja. Doch, dafür ist er ausgewählt. Er weiß ja, wieviel Spieler drin sind, und deswegen wählt er ja genau die Mission aus. Okay. Ja, der wird dir kaum einen Vorschlag bringen für, ähm... 20 Spieler. Nur eine Person. Ah, vier bis sechs Leute, okay, das geht. Ja, ja. Äh, jetzt... Was war ja das, wo du unten dann landen musst, ne? Was? Was war ja das, wo du dann nachher am Ding ins Landen musst, ne? Am Hafen, wo alles das ist? Ja, 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 ja. So, geküft ist es, muss nur noch nachher runterladen, sobald wir aus dem Netz draußen sind. What? Na ja, wenn ich jetzt runterlade, hab ich nachher wahrscheinlich kein Internet mehr. Ne, dann ist das wieder so wie früher, mit diesen, äh, überbrücken Farben. Holzleitung, Holzleitung! Yeah! I love it! Können wir uns natürlich einfach runterzuladen. Oh, bitte wir auch. Einfach als Gag. Oh nein. Weißt du, was hier bei den Scharfschützengewehren fehlt? Hm? Ein geiles Nachtsichtgerät. Ja. Ach, guck mal, ich bin sicher. Ach guck mal, ich bin sicher. Alle hinten schönen Reiben, die ich stehe. Du brauchst ja noch nicht gerade die, äh, eine Halo-Mission bei Nacht aus Halo 1. Stehe ein Flugzeug. Was? Ne, aber erst nachher, wir müssen erstmal die Typen alle wegpotzen. Okay. Erinnerst du dich noch an die erst, ähm, Halo 1, an die Nachtmission, wo du das Schiff reinmust? Die wollten doch Halo aufnehmen, erster Teil. Wollten uns ja ewig, ja. Ja. Ich weiß, du hast nicht, ob du das machen willst, Split-Screen oder willst, äh, getrennt? Müssen wir gucken, ob's getrennt geht. Und da ist schon größeren Bildschirm für dich geschickter. Ne, was, da gab's eine Mission, in der du auch ewig viel Sniper-Munition hast. Und da kamen später aus dem, äh, äh, Schiff ein paar Gegner runter. Waren vier Stimmen, die liefen alle genau in einer Reihe, einen Schuss, alle vier weg. Krass. Ne, da rennt was. Ich fand die Flat immer so übel. Oh, ja, da gab's ja eine Mission in der Bibliothek, wo das alle kommen. Ich glaub, da haben wir uns so dermaßen ein, der auf den Sack kriegt beim ersten Mal. Ja, klar. Liegen bleiben, Kollege. Oh, da kommt der Traktorfahrer des Todes. Oh, ja, ich seh doch, wie der da herkommt. Ich hab grad einen Platten geschossen. Was, was macht der da? Oh, ist der Pferd nicht immer noch? Der Pferd auf dem Rollfeld spazieren. Ja, ja, ich hab's gesehen. Was macht der da? Der ist tot. Da kommt der nächste. Was? Da kommt das nächste Auto. Was machen die hier? Ich hab keine Ahnung. Au. Der Pferd immer noch hier spazieren. Der Traktor geht ab. Der Traktorfahrer des Todes. Jetzt fährt er weg. Ja, los. Einmal so übers Rollfeld fahren. Ja, wir könnten mal einsteigen und das Auto wegfahren. Nö. Da ist immer noch ein Auto, ne? Das liegt bei dem Flugzeug genau da. Das da? Ja, genau das. Fuck. Wir sollten die Flugzeuge übrigens nicht verstören, ja? Ja, das war aber auch nicht gesagt so. Oh, okay. Jetzt haben wir das Weckeres. Geh mal in die Luft. Wir sollen ja nur ein Flugzeug zustimmen. Na ja, ein Flugzeug zu tun. Oh. Boah, geil. Ich geh mit dem Heli in die Luft. Oh, oh. Brauchst du Luftdurchschnitt zum zweiten Heli? Oh, eigentlich, ne. Eigentlich könnt ihr in die Luft gehen. Puh. Flugzeug. Unterlehmt du was? Danni, dann überhaupt mit deinem Flieger. Naja, ich bin grad auf dem Weg mit dem Flugzeug zu holen. Ja, ich... Ich... Ich muss den Heli holen. Ist los, ein Flugzeug? Ja. Das andere ist zerstört, oder? Beide? Weiß ich nicht. Da gab's mal drei. Ja, ich weiß. Zwei hab ich hinten holt, als ich das Auto reingedrückt hab. Mhm. Jetzt holt er sich gleich noch mein Heli. Der fliegt mit dem... Ja, fliegt du Richtung des anderen. Ja, das war ich. Die anderen können ja den Heli und die anderen Helis wegmachen. Ja, wir sind schon unterwegs hier. Komm, den Cut bei zwei Stück entgegen. Deswegen braucht der ewig, bis es mal anfängt hoch zu ziehen. Oh, ich hasse den Flieger, absolut. Hast du echt Angst, gleich wieder abzuschmieren? Wo ist denn der Flow? Äh, ich versuche auch gerade den Heli irgendwie... Okay, okay. Der R2 fliegt so hoch. Richtig. Wenn jemand noch nicht geflogen ist, ist die Landesequenz unten... Ähm... Nennen wir es mal... Äh, herausfordernd. Landes? Am... Flug... äh, am... Am Hafen, überall Container und Kräne und so weiter. So dann musst du landen. Aber ich hasse, wenn die Dinger so schnell sind, dass sie an meinem... Raketen vorbeifliegen. Also wenn es ums Landen geht, das habe ich meistens gemacht, weil ich lande auch... äh, am Strand. Oder auf der Autobahn. Rakete! Ja, warte doch! Ausgewicht! Noch eine, noch eine! Ausgewicht! Ja, warte doch! Drümmungsabgriss! Ein Flugzeug... äh, ein Heli weniger. Wie fliegt es denn? Yes. Oh, einer weniger. Flo, mit Casting kannst du Waffen auswählen. Flo ist raus. Oh, Flo ist tot. Flo ist tot. Alter, habt ihr nochmal zwei Helis? Ja, ja. Wir sind unterwegs. Luftgespaller fliegt und... Pinel-Monos! Oh, meine Fette. Ich hasse es. Sparrow! Ich hab ihn! Oh, ich hab beide! Nee, ein anderer bin ich gehabt. Achso. Das ist egal, aber wir haben es geschafft. Da glaubst du noch ein Flugzeug in der Luft. Ja, schießt's ab! Baby, ja? Ja, nein, da. Na ja, schieß... was? Ob ich mit diesem Fahrzeug durch diesen langen Tunnel da komme? Was? Warum? Warte, ich trenne das Ding noch. Ja. Es ist mir bewusst, dass du das Ding noch zeigst. Ja, so wie jetzt grad. Ja, das war ich mit der MG. Das war Kata. Oh, dann schütteln die gerade Landebahn. Du fliegst verkehrt rein. Na und? Ja, ich weiß ja nicht, wie du landen willst. Doch, auf der langen Bahn. Oh, eh. Der muss kurz ne Schleife fliegen. Nö. Was? Nö, muss ich nicht. Nein. Warte, ich stelle mich genau auf den Punkt. Ich bin da so kurz davor. So, Straße, wo bist du? Das müsste die Straße sein. Ich hoffe, dass sind jetzt keine Autos. Ach, die 20 LKWs, die hier stehen, ist okay. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich wär ja zwischen die Dinger durch, aber... Ach, Quatsch. Mist. Kaputt. Und dann den Masken. Lass mich, ich kann das. Komm, kaputt. Ja. Wollte grad sagen, es geht da weg, eh le kaputt. Nein, geht da nicht. Warte, ich schieß die jetzt noch weg. Du, Dad, schon mal weg. Das war dieses Mal auf jeden Fall, ich hab's sich noch nie gefunden. Na klar, wenn ich wollte, hätt ich ihn, hätt ich ihn, glaub ich, gekriegt. 33.000. Ja, nice one. Wenn's ums Landen geht, kein Problem. Ich land hier am Strand. Kein Problem. Ja, richtig. Du landest auch mit der Transall am Strand, richtig. Wär nicht das erste Mal. Oh, Alter. Und jetzt, wir kommen wieder direkt, oh, ich wende. Was? Ah, was machen wir denn? Machen wir die Kampfjet-Dinge ins da. Krassersarbeit, die da. War die was? War die was? Ja, ich glaub, die war was. Keine Ahnung. Wir müssen da oben irgendwas klauen auf der Militärbasis. Oh, das war hoffentlich nicht der. Den Cargo-Bobs, glaub ich. Ja, war das das? Ich glaube, ja. Und dann nachher mit dem Container. Ich hab eine Mission, wo du die Dinger fliegen durftest. Das war auch eine Zweispielermission. Ja, ja, die hat da Kevin und ich erst gespielt. Äh, gespielt. Ja. Das war das letzte Mal.